Sehr geehrter Herr General Barth, werte Herren Oberste, meine Herren Oberstleutnanten, verehrte Herren Professoren und Angehörige des akademischen Bereiches, Kameraden und Kameradinnen, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ich Sie heute Abend hier in den Räumen der OAG der Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg im Namen der Kameradschaft Grenadiere sowie des Freundeskreises Panzeroffiziere der Universität der Bundeswehr Hamburg zur Buchvorstellung von Armee im Aufbruch zur Gedankenwelt junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr begrüßen darf. Ebenso begrüßen darf ich Sie zur anschließenden Podiumsdiskussion CoVADIS, Anforderungen an den jungen militärischen Führer. Zu diesem Zeitpunkt kann ich Ihnen bereits mitteilen, dass die ersten Monate, in denen unser Buch auf dem Markt verfügbar ist, zumindest in den Verkaufszahlen, einen Erfolg darstellt, welchen keinem von unserem Projektteam so erwartet hätte. Bereits in der ersten Woche konnten wir mit Stolz feststellen, dass wir nicht nur bei einem großen Online-Versandhändler zwischenzeitlich ausverkauft waren, sondern zudem die Liste der Neuerscheinungen anführen konnten. Doch der kommerzielle Erfolg ist nicht das, was unser Augenmerk bei dem Unternehmen war. Viel wichtiger war und ist es, dass das, was in diesem Buch geschrieben steht, ein reflektierter, jedoch ungezwungener und unzensierter Blick auf die eigenen Gedanken als junger Offizier eine breite Öffentlichkeit erreicht, um somit den gesellschaftlichen Diskurs über die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft, die Rolle des Staatsbürgers in Uniform von unten heran anzustoßen. Umso erfreulicher ist es, dass nach einem Monat diesem Wunsch Rechnung getragen wird und tatsächlich, zumindest in den Bereichen, die wir einsehen können, sich erste Stimmen erheben, die unser Werk als Bezugspunkt in ihrem Meinungsbild anführen. Der heutige Abend soll diesen Punkt erneut Rechnung tragen und den Geist des Buches fortführen. Nachdem mit der Armee im Aufbruch das Offizierkorps der Zukunft dargelegt hat, was es für Erwartungen an sich selbst und den eigenen Beruf hat, soll heute Abend formuliert werden, was wiederum von uns erwartet wird. Nicht im Sinne einer Schulmeinung, welche dem Offizieranwärter an seiner Offizierschule vermittelt wird, sondern in dem Sinne, wie der Offizier heute überhaupt von verschiedenen Aspekten der Gesellschaft wahrgenommen wird und was diese von ihm erwartet. Mein Name ist Leutnant Reitstätter und ich werde diesen Abend für Sie moderieren. Ich möchte im Anschluss nun Sie, Herr General Barth, bitten, Ihr Grußwort zu sprechen, bevor ich Herrn Hauptmann-Bonath, meinen Mitherausgeber, dem Plenum kurz das Projekt Armee im Aufbruch detailliert vorzustellen. Im Anschluss hieran wird die Podiumsdiskussion, für welche ich Ihnen das Plenum kurz zuvor vorstellen werde, stattfinden. Herr Brigadegeneral Barth war bis 2013 verantwortlich für die Planung und Konzeption Streitkräfte gemeinsamer und streitkräfteübergreifender Ausbildung und ist seitdem stellvertretender Kommandär des Zentrums für Innere Führung und Beauftragter für Erziehung und Ausbildung des Generalinspektors. Herr General, ich darf Sie bitten. Die muss ich erst mal weiter runter machen, weil meine Augenhöhe eine etwas andere ist als die vom geschätzten Vorredner, dem Leutnant Reitstätter. Ja, meine Damen und Herren, Diskurs ist gut. Und Diskurs war ja eines der Worte, das der Leutnant Reitstätter gerade genannt hat. Diskurs ist gut an einer Einrichtung wie dieser, die für mich jedes Mal so etwas, wenn ich hier sein darf, wie eine Verjüngungskur ist. Denn hier haben wir ja alle mal angefangen und es ist immer wieder schön, hier auch mal wieder herzukommen. Und deshalb freue ich mich, dass ich hier sein darf und die Ehre habe, dieses Buch, das schon am Netz ist, hier jetzt auch von dieser Seite aus noch einmal mit offiziell ans Netz bringen zu können. Und so beginne ich dann mit der Anrede, die ich mir für Sie gewählt habe, nämlich sehr Interessierte aus dem akademischen, militärischen und zivilen Bereich. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen zur Buchvorstellung, Armee im Aufbruch, zur Gedankenfeld junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr. Und auch zu der anschließenden Podiumsdiskussion, wo ich den Luxus haben werde und haben darf, nichts zu sagen, sondern einfach zuzuhören. Und ich bin gespannt, was von dort her dann für Anregungen kommen. Wo war das? Anforderungen an den jungen militärischen Führer. Ein toller Titel, ein tolles Thema. Und in der Tat eine Knackepunktfrage. Nicht erst seit heute. Das wird immer eine Knackepunktfrage bleiben. Wobei man ja sagen kann, den militärischen Führer und oder die militärische Führerin. Wenn wir es schon mit Gendering machen. Sehr gerne bin ich der Bitte, die Rolle des Festredners zu übernehmen. Irgendwann kriege ich es raus, gefolgt. Ich halte das Buch für wichtig und ich wünsche ihm einen möglichst umfangreichen, weit über die Bundeswehr hinausgehenden Leserkreis. Ich möchte dazu nochmal zwei Begriffe aus dem Titel herausgreifen, nämlich Gedankenwelt und Armee im Aufbruch. Unter Gedankenwelt versteht der Duden die Gesamtheit der besonders für einen Menschen, eine Weltanschauung, für eine Kultur wichtigen, charakteristischen Gedanken, Vorstellungen, Ideen. Ich glaube, dass dies der Anspruch, den die Autorinnen und Autoren und die Herausgeber dieses Buches erheben, ganz gut unterstreicht, nämlich Gesamtheit charakteristischer Gedanken. Das haben sie alle, die Autoren aus meiner Sicht, versucht. Im Übrigen stelle ich die Behauptung auf, dass es hier dem Titel nach zwar um Offiziere der Kampftruppen geht, dass aber die Gedankenwelt, die in den Beiträgen zum Ausdruck kommt, für die Gesamtheit unserer Bundeswehr von Bedeutung ist und Gültigkeit hat. Und ich bin aus meiner Aufgabe heraus sicher, dass jeder andere, der nicht Kampftruppenmensch wäre, genauso Gedanken formuliert. Das ist keine Kritik an dem Buch. Der Ansatz ist ja irgendwo auch gewachsen. Aber es beschränkt sich damit, das sei mir an dieser Stelle erlaubt zu sagen, ein bisschen sich selbst, weil diese Fragen, die Sie stellen, die betreffen uns alle. Die betreffen die militärischen, wie die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in gleicher Art und Weise. Bei der Gesamtüberschrift dieses Buches, Armee im Aufbruch, habe ich persönlich mehr Fragen als Antworten. Und ich sage Ihnen, warum. Wenn ich den Begriff Aufbruch nehme, dann gibt es ganz unterschiedliche Bedeutungen des Wortes. Aufbruch ist das, was an Eingeweiden aus dem erlegten Welt rauskommt. Aufbruch ist das, was auf der Straße passiert, wenn der Presslufthammer kommt. Aufbruch ist aber auch geistiges Erwachen und das sich Erheben. Und zwar im gehobenen Sprachgebrauch, so steht es im Duden. Und ich glaube, das trifft dann wieder ganz gut, auch auf die Idee dieses Buches und auch auf das, was der Leutnant Reitstätter, Entschuldigung, der Leutnant Reitstätter ja eingangs gesagt hat. Trotzdem, was ist damit gemeint? Was heißt jetzt Aufbruch in diese Richtung? Bundeswehr auf dem Weg zu neuen Ufern? Aufbrechen der Bundeswehr und Machen eines Steinbruchs aus derselben? Armee im Aufbruch wohin? Wozu? Mit wem? Warum? Armee im Wandel? Armee im Umbruch? Vielleicht ein wenig von alledem. Aber das mögen Sie alle, die potenziellen oder tatsächlichen Leserinnen und Leser dieses Buches, dann selber beurteilen. Aufbruch ist auf jeden Fall ein Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich persönlich sehr gut. Aufbruch bedeutet Veränderung. Veränderung ist Wandel. Sicher ist, nichts ist beständig. Allein der Wandel. Die Zeit eilt im Sause-Schritt. Und wir eilen mit. Diejenigen, die dieses Buch mit ihren Gedanken gefüllt haben, wachsen in diese Bundeswehr weiter hinein. Auch das haben Sie, Herr Reitstätter, angesprochen in Ihren Worten zu Eingangs. Sie stehen noch am Beginn Ihres beruflichen Lebens. Und Sie sind die Generation, die die Welt und die Bundeswehr von morgen gestalten werden und zu gestalten haben. Und das ist keine Binsenwahrheit, sondern der ewige, wiederkehrende Lauf der Dinge. Wenn die Autoren dieses Buches bei der Bundeswehr als Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bleiben, dann sind Sie diejenigen, die in 30 Jahren, wenn sie sich weiter qualifizieren, die drei- und viersterne Generale oder Admirale der Zukunft darstellen. Und diese gestalten. Und dies hoffentlich so, dass Sie als Menschen von heute und morgen und nicht als Menschen von gestern die Welt von morgen gestalten. Wenn nichts so beständig ist wie der Wandel, dann ist die Suche nach den Konstanten umso wichtiger. Wir brauchen Konstanten im Wandel. Und wir haben sie auch. Und ich sehe also eine wichtige Konstante im Wandel. Das Geheimnis der Führung. Nicht der Verführung. Das Geheimnis der Führung. Es gab immer gute Führer. Und es wird sie und es muss sie auch weiterhin geben. Gute Führung ist die Konstante im Wandel. Lassen Sie mich deshalb einige Gedankensplitter zum Geheimnis und zur ewigen Konstante erfolgreichen und guten Führens beitragen. Und diese Gedankensplitter will ich in sechs ganz kurze, zentrale Erkenntnisse oder Aussagen zusammenführen. Aussage 1. Der Mensch macht den Unterschied. Entscheidend sind die Menschen, die uns anbefohlen sind. Sie machen die Bundeswehr und gute Führung wirksam und nicht noch so funktionale, instrumentale, strukturelle oder prozessuale Regelungen oder Sichtweisen. Wir brauchen keine Technokraten in Uniform, sondern Menschen mit Herz. Wir brauchen keine Absolventen, sondern Persönlichkeiten. 2. Führen bedeutet, durch andere zu wirken. Führen durch Einwirken ist immer wechselseitig. Führer und Geführte wirken dabei aufeinander ein. Der Erfolg dieses wechselseitigen Einwirkens wird maßgeblich davon bestimmt, ob es Führern und Geführten gelingt, ausreichende Vorstellungen voneinander zu gewinnen, um Selbstbild und Verhalten an die zu erreichenden Ziele anpassen zu können. Ich finde diese Erkenntnis übrigens unter anderem in dem Beitrag von Hendrik Müller, der erste Einsatz oder was lange währt, reflektiert. Wenn er darüber reflektiert, dass es wichtig ist, die Bedeutung der eigenen Arbeit zu erkennen und die Bedeutung des eigenen Beitrags zum Gelingen von Operationen, nur ein Beispiel. Dritte meiner Aussagen. Gutes Führen ist angewandte Menschenkunde. Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung, Vertrauen und Zugehörigkeit sind zentrale Erwartungshaltungen innerhalb jeder soldatischen Gemeinschaft. Und jeder Führungskraft ist für dieses Anliegen eine besondere Verantwortung auferlegt. Menschenkenntnis ist die wichtigste Fähigkeit, um Menschen führen zu können. Dazu gehören auch klare Aussagen und einfache, einprägsamene Verhaltensregeln, wie sie beispielsweise Richard Unger in seinem Buchbeitrag unter dem Titel Offizier sein, Anforderungen an die Ausbildung, Erziehung und das Berufsverständnis künftiger militärischer Führer in der Bundeswehr fordert. In diesem Zusammenhang verweist er unter anderem auf den US-amerikanischen West Point Und solche klaren Aussagen vermisst er manchmal im Dienstvorschriftenwesen der Bundeswehr. Vierte Aussage. Man muss dienen lernen, wenn man führen will. Dienen ist das Kerngeschäft der zivilen wie militärischen Angehörigen der Bundeswehr. Unser Motto, wir.dienen.deutschland. bringt dies treffend auf den Punkt. Das hat sich nach meinem Eindruck eingebrannt auf unsere Festplatten, obwohl dieses Motto noch gar nicht so alt ist und bevor es eingeführt wurde, auch heiß diskutiert wurde. Wir.dienen.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.deutschland.de sich in dem Buch unter dem Titel Ich.Diene.Deutschland. in Bezug auf das Thema Männer und Frauen in der Bundeswehr mit den Wahrnehmungsunterschieden zwischen Männern und Frauen auseinander. Sehr interessant. Unter dem Motto Wir.Dienen.Deutschland. ist professionelles Führen für alle Vorgesetzten unerlässlich. Danny Goers vermittelt uns hierzu im Rahmen dieses vorliegenden Buches mit dem Beitrag Professionalität in den Streitkräften interessante Einblicke und kommt dabei aus seiner Sicht zu Einschätzungen über den, wie er es nennt, Lehrgangsmarathon, dem die jungen Offiziere in der Offizierausbildung durchlaufen, die schon ganz interessant sind. Eine andere Seite der gleichen Medaille des Dienens ist, dass Menschen dienen wollen, es aber zuweilen nicht können oder nicht dürfen. Manchmal kann es vorkommen, dass man dienen will, aber aus medizinischen Gründen nicht dienen darf und für bestimmte Aufgaben gegraundet wird. Hiermit setzt sich Patrick Schmidt in seinem Beitrag wollen und nicht können, Klammer auf oder dürfen, Klammer zu, auseinander und gibt dabei Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Fünfte Aussage. Ohne Vertrauen kann nicht geführt werden. Die Beziehung zwischen Führern und Geführten ist zuallererst immer eine menschliche Verbindung. Auf gegenseitiger Basis werden Rechte und Pflichten, Verantwortung und Macht, Risiken und Sicherheiten, Privilegien und Vertrauen übertragen. Vertrauen ist das wichtigste Kapital, über das eine Führungskraft verfügt. Auch diese Erkenntnis schwingt meines Erachtens durch das ganze Buch, durch das ganze Buch, für das wir hier und heute zusammengekommen sind. Und damit komme ich zu dem sechsten und abschließenden Gedankensplitter. Zielgerichtete Führung geht nur miteinander. Erfolgreiche Führung ist nur im Verständnis von bewusster Zusammenarbeit vorstellbar. Vorgesetzte müssen untergebenen immer wieder Sinn und Notwendigkeit ihrer Aufgaben und deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang erklären. Informationen über wesentliche Dienstbelange und regelmäßige Gespräche sind notwendiger Bestandteil von Führung. Ich habe zitiert aus der zentralen Dienstvorschrift 10-1. Dadurch wird die nicht schlechter. Die ist nämlich gut. Das bringt mich auf einen anderen Begriff, den ich genauso bei dem vorherigen Gedankensplitter hätte bringen können, beim Vertrauen. Und das ist die sogenannte Fehlertoleranz. Fehlertoleranz gehört zum Führen auch dazu. Den Aspekt der Fehlertoleranz thematisiert in diesem Buch übrigens der Laufbahnwechstler Mark Kuhn im Rahmen eines Beitrages unter, wie ich finde, dem schönen Titel »Über den Horizont – Ansichten eines Laufbahnverräters«. Ich finde sowieso die Titel in diesem Buch sehr schön gewählt. Ich komme zum Schluss darauf. Damit, meine sehr verehrten Anwesenden, sind meine sechs Aussagen, meine sechs Gedankensplitte im Rahmen dieses Festvortrages zum Thema »Erfolgreich führen« gesetzt. Und ich will diese vielleicht auch als Starter für die anschließende Podiumsdiskussion noch einmal zusammenfassend nennen. Der Mensch macht den Unterschied. Führen bedeutet, durch andere zu wirken. Gutes Führen ist angewandte Menschenkunde. Man muss dienen lernen, wenn man führen will. Ohne Vertrauen kann nicht geführt werden. Und zielgerichtete Führung geht nur miteinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf einige der Autoren dieses Buches habe ich bereits Bezug genommen, aber auf andere noch nicht. Seien Sie gewiss, dass dieses bisherige noch nicht Erwähnen nichts mit der Qualität der übrigen Beiträge zu tun hat, sondern lediglich mit dem thematischen Zusammenhang meiner Festrede. Seien Sie versichert, es lohnt sich, jeden Beitrag zu lesen. Allein die Wahl der Titel macht aus meiner Sicht schon Lust auf mehr. Lukas Reitstätter zum Thema Kameradschaft ist, denn der Kamerad schafft. Karen Haag mit dem Thema Frauen in der Kampftruppe, Fragezeichen, lieber nicht, Ausrufezeichen. Lassen Sie sich von diesem Titel nicht fehlleiten, Ihre Aussage ist wesentlich differenzierter. Kai Squara mit dem Titel Soldent oder Studat, Fragezeichen, der Offizieren der Gesellschaft und der Einfluss des Studiums. Max Pritzke mit einer Reflexion über Schein und Sein. Florian Rotter mit seinen Gedanken zu Frage, wie dienen, Fragezeichen, preußische Tugend im 21. Jahrhundert. Felix Schuck und Torben Mayer mit der Abhandlung Das deutsche Heer im Kampf 1914 bis 1918, neue Perspektiven nach Beginn des Ersten Weltkrieges. Diana Denner mit ihrem Aufsatz unter dem Titel von Tradition und Kamerad Pferd, worum sich heute nur mancher noch schert. Punkt, Punkt, Punkt. Martin Böcker mit seiner Abhandlung über Elmar Wiesendahls Athen und Sparta eine Kritik mit persönlichen Anmerkungen. Und Jan Fildig Birkhoff mit der Arbeit zum Thema Führen trotz Auftrag zur Rolle des militärischen Führers in der postheroischen Gesellschaft. Die einzigen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, sind die Herausgeber, aber einer davon hat schon geredet, Marcel Bonat und Lukas Reitstetter. Und ich sage Ihnen, Herausgeber ist nicht nur, dass man den Namen draufsetzt, da gehört wesentlich mehr dazu. Und deshalb auch den beiden einen ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sehen, ich kann nicht anders, als mit einer dringenden Empfehlung zu ändern, die Ihnen von Marcel Reich-Ranitzki vielleicht vertraut ist. Lesen Sie dieses Buch. Lesen Sie es. Es ist ein überzeugendes Beispiel für das, was wir immer wieder aufs Neue brauchen. Die kritische und gut reflektierte. Nicht immer im Zielkorridor vielleicht liegende. Darauf kommt es aber gar nicht an. Auseinandersetzung mit dem Beruf der Soldatinnen und Soldaten. Und dies alles nicht als Selbstzweck, nicht in geschlossenen Zirkeln, nicht abgegrenzt von der Zivilgesellschaft, sondern in derselben, mittendrin. So wünsche ich diesem Sammelband möglichst breite Resonanz, eine gute Wahrnehmung, auch und gerade in der interessierten Öffentlichkeit und in der Politik. Die Autoren und Autoren dieses Sammelbandes haben es wahrlich verdient. Vielen Dank. Applaus Ja, sehr geehrter Herr General, sehr geehrte Oberste, Professorinnen und Professoren, Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Damen und Herren, Als einer der Herausgeber dieses Bandes ist es jetzt meine Absicht, Ihnen in den kommenden etwa zehn Minuten dieses Buch vorzustellen. Dabei werde ich nicht so vorgehen, dass ich das jetzt hier vorlese oder sozusagen am Inhalt des Bandes ausgerichtet Seite für Seite durchgehe. Das wäre, was die Titel angeht, zumindest auch redundant zu dem, was General Barth hier dankenswerterweise gerade vorgetragen hat, sondern ich möchte Ihnen vor allem einen Einblick in die Hintergründe und den Entstehungsprozess dieses Projektes geben und Ihnen damit auch einen Einblick verschaffen in die Absicht der Autoren und auch in das Berufsverständnis und wie es der Titel des Bandes ja schon sagt, in die Gedankenwelt dieser jungen Offiziere. Wir feiern ja heute hier eine Buchpublikation. Das Buch hat sicherlich jeder von Ihnen sicher schon mal irgendwo abgebildet gesehen, ob nun wirklich in den Händen gehalten oder online oder wo auch immer, ist genau genommen nur ein Teil eines größeren Projektes. Also Armee im Aufbruch ist sozusagen ein Projekt, das seit etwa zwei Jahren mit jungen Offizieren hier an der Universität der Bundeswehr in Hamburg informell, also nach Dienst, betrieben wird. Und dieses Buch ist natürlich ein Meilenstein und sicherlich auch der vorläufige Höhepunkt des Projektes. Es soll aber nicht in jedem Falle der Abschluss sein. Dafür gibt es verschiedene Ideen, wie wir das noch weiterführen könnten, aber die hängen sicherlich auch mit der Verbreitung und Wirkung dieses Bandes zusammen. Und ja, die Informationen zu diesem Band, die können Sie dieser Folie entnehmen. Also es hat 280 Seiten. Wir haben 16 junge Offiziere der Kampftruppen dazu bewegen können, hier Beiträge beizusteuern. Zwei haben zusammengeschrieben, deswegen sind es 15. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir drei Geleitworte von Militärs aus anderen Hierarchien sozusagen beisteuern konnten und damit nochmal ja, die, oder der Sinn des Projektes für uns nochmal etwas bekräftigt wurde, auch von anderer Seite. Es hat einen relativ stolzen Preis, also das haben Sie sicherlich auch schon nachgelesen, 24,80 Euro im Paperback und im Hardcover sind es dann fast 35 Euro. Allerdings ist der Mieles Verlag ja heute auch hier vertreten und Frau Hartmann hat uns zugesichert, dass jeder von Ihnen, der sich jetzt hier auf diesen Weg gemacht hat, das Buch mit einem deftigen Rabatt erwerben kann und auch wenn nicht genügend Bücher da sein sollten, für Sie sozusagen die Sonderregelung gilt, dass Sie auf jeden Fall diese, ich glaube 30 Prozent waren es richtig, ich sehe Sie nicken, okay, hier auf jeden Fall gewährt bekommen. Und das ist ein Buch über das folgende zwei Herren immerhin folgendes sagen. Solche Stellungnahmen machen uns zum einen natürlich stolz und zum anderen lassen Sie mich auch darauf hoffen, dass es tatsächlich lebhafte Diskussionen um diesen Sammelband geben wird. Dazu möchte ich später aber noch mal kommen und jetzt erst mal zu einem anderen Thema, das offensichtlich die Facebook-Welt bewegt und das vielleicht auch bei dem einen oder anderen bei Ihnen noch so als Frage im Hinterkopf schwebt und das sicherlich auch in der Legitimität sozusagen gerade vom General Barth, warum sich denn hier nur Kampftruppenoffiziere äußern, ich will nicht sagen in Frage gestellt wird, aber zumindest ist es ja durchaus mal berichtenswert oder nachdenkenswert, warum nun eigentlich Kampftruppen und was genau sind eigentlich Kampftruppen. Und es ist wichtig sozusagen, um zu verstehen, was diese Autorinschaft eigentlich darstellt oder darstellen möchte und was die Absicht der Autorinschaft ist. Ja und leider muss ich Ihnen eine ungefähre Antwort auf diese Frage geben, denn sämtliche Recherchen in allen möglichen Vorschriften der Bundeswehr ergeben ein relativ uneinheitliches Bild. Dort werden also im stetigen Wechsel die Begriffe Kampftruppe, Kampftruppen und Kampftruppenkräfte gebraucht und über das, was hier sozusagen an Quellen aufgelistet ist, gibt es auch noch einige Heeresdienstvorschriften, die etwas spezifischer sich mit dieser Frage auseinandersetzen und dort wird auch noch von gepanzerten Kampftruppen oder zu Fuß kämpfenden Verbänden der Kampftruppen gesprochen. Aber es gibt natürlich etwas, das ich mal als Allgemeinverständnis in der Bundeswehr bezeichnen würde und das hat eine unserer Autorinnen in ihrem Beitrag relativ gut, so denke ich zumindest, zusammengetragen und ja, wie ich es gerade schon gesagt hatte, das ist vermutlich das sehr weit verbreitete Verständnis in der Bundeswehr von dem, was eigentlich Kampftruppe ist und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind nur Kampftruppensoldaten in diesem Band zu Wort gekommen und der Autorenkreis beschränkt sich tatsächlich auf den hier dargestellten Bereich und da stellt sich natürlich dann auch gleich die weiterführende und sicherlich berechtigte Frage warum und das möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf den Afghanistan-Einsatz oder die intensiven Jahre in Afghanistan, die in etwa zwischen 2008 und 2011 liegen beschreiben. Dort waren es nämlich Kampftruppen, die typischerweise oder naturgemäß außerhalb der Feldlager eingesetzt waren und zumindest in Provinzen Kunduz und Baglan einen regelrechten Kriegsalltag erlebt haben. Ja und man kann sicherlich sagen, dass die Kampftruppen die Hauptlast dieser Einsätze getragen haben und das lässt sich nicht nur an der Patrouillenfrequenz festmachen, sondern auch an den gefallenen und verwundeten Zahlen und hinzu ist zu sagen, dass den Kommandeuren, Kompaniechefs und Zugführern der Kampftruppen üblicherweise auch die Planung und Durchführung von Operationen außerhalb der Feldlager ob liegt oder ob lag. Und wir haben eben für uns definiert, dass es einen besonderen Status dieser Kräfte bedeutet, wie ich immer so schön sage, Ehre und Belastung zugleich und dass das eben auch die Autorenschaft sein soll, die sich hier äußert, die zukünftig in diesen Verwendungen vermutlich auch wieder in Auslandseinsätzen sein wird. Ja, damit kann man das eigentlich auch schon abschließen, denke ich. Als Startpunkt des Projektes gab es verschiedene Thesen, die ich aufgestellt habe. Die eine ist nämlich, dass die Generation heutiger Kampftruppenoffiziere, die junge Generation der Bundeswehr in vollem Wissen über die Intensität dieser Einsätze beigetreten ist. Ja, wenn Sie auch in das Buch schauen oder hier in die Studentenschaft, dann sehen Sie, dass die Geburtsjahrgänge dieser jungen Offiziere in der Regel irgendwo zwischen 1987 und 1990 anzusiedeln sind. Was bedeutet, dass diese Soldaten mit einer Bundeswehr im Einsatz groß geworden sind. Die kennen das quasi seit Geburt an nicht anders. Eine zweite These ist, dass in der Bundeswehr eine Generation Einsatz existiert. Heißt, Soldaten, die auslandserfahren sind und die sich durch ihre Erfahrung prägend auf den Nachwuchs auswirken. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Empfindung, sondern unter anderem im Hieles Verlag ist auch ein Buch erschienen mit selbem Titel.